Hi, ihr seid wieder bei Coast Cards, ihr seid bei Angie und Angie ist im Park der Sinne und wir sind im nächsten Teil und ja, ich habe es im letzten Video schon gesagt, bitte Kinder nicht nachmachen, natürlich habt ihr Turnschuhe an und nicht die Stöckel von Angie, ne? Also ich gehe mal hier so einen kleinen Adventure Park hoch. So, derselbe Weg zurück, man kann sich hier mal festhalten, also man ist eigentlich relativ safe. Jetzt kommen wieder meine Stöckel, ne? Ho, ho. So, das war jetzt nur eine Runde. Normalerweise würde ich empfehlen, macht ihn drei bis fünf Mal hoch und runter. Gutes Cardiotraining, also bleibt dran.